Um Ihnen die Palliativversorgung besser erklären zu können, stellen Sie sich Ihr Leben als eine Art Brücke vor. Wenn Sie gesund und vital sind, ist die Brücke stabil und kann viele Lasten tragen. Autos, Züge, die Höhen und Tiefen des Lebens, Sie sind gefestigt. Wenn Sie jedoch schwerwiegend erkranken und zum Beispiel Krebs bei Ihnen diagnostiziert wird, wird die Brücke instabil, bekommt Risse und irgendwann kann die Brücke die Last nicht mehr tragen. Belastung, zu denen auch die Therapie Ihrer schweren Erkrankung gehört. Und hier setzt Palliative Care an. Palliative Care ist eine spezialisierte Versorgungsform für schwerst erkrankte Menschen. Die Palliativversorgung verbessert die Lebensqualität, indem sie das Gewicht auf die Linderung von Schmerzen, Luftnot und anderen Symptomen, von Belastungen und depressiven Gedanken legt, die bei fortgeschrittenen Erkrankungen und Ihrer Behandlung auftreten. Um es kurz zu sagen, Palliative Care stabilisiert Ihre Brücke. Denn die Palliativversorgung ist eine tragfähige Konstruktion. Ärzte, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Psychologen, Seelsorger und viele mehr unterstützen Ihre behandelnden Ärzte, die Brücke wieder tragfähig zu machen. Palliative Care sorgt für Stabilisierung, gerade auch in frühen Krankheitsstadien. Im eigenen Zuhause, im Pflegeheim, im Hospiz oder im Krankenhaus. Es ist nie zu spät, um Sie zu nutzen. Sollten Sie also selbst oder ein Mensch aus Ihrer Umgebung schwer erkranken, nutzen Sie das Potenzial der Palliativversorgung.